Ich meine, ich weiß nicht mal, wird die Wahrscheinlichkeit angezeigt? Muss ich mal nachsehen, wird die Wahrscheinlichkeit angezeigt? Vermutlich hat man die Wahrscheinlichkeit von 0 oder minus sonst was. Okay, wenn sie zerstört werden, bekommen wir gar keine Fertigkeiten, Fortschritt für die Verzauberung, das ist für den Arsch. Nitsch, nein, ich will die Nitschku, da. So, Unsichtbarkeit auf mich selbst für 20 Sekunden. Da wird keine, ich sehe nirgends eine Wahrscheinlichkeit. Aber es hat wieder nicht funktioniert. Ich versuche nochmal den Netz spulen, wenn das wieder nicht klappt, dann mache ich einfach Schlossöffnen drauf. Unsichtbarkeit. Okay. Machen wir Laden. Schloss öffnen. Ich weiß gar nicht, wie viel würde das denn verbrauchen. Ah, Kleidung. Ah, nein, Moment mal. So, Schloss öffnen. Auf 100. Und das waren, glaube ich, irgendwie 38 oder so. Genau, wären auch 17, na toll. Da möchte ich aber tatsächlich mehr machen. Da würde ich sogar die 300 versuchen. Nein, okay. Wisst ihr was, wir lassen das. Es scheint nicht zu funktionieren. Ähm, ja. Wobei, wir könnten auch, wir könnten Unsichtbarkeit mal testen. Äh, und indem wir nicht die vollen 20 voll machen, sondern 10 oder so. Vielleicht klappt das. So, Unsichtbarkeit. Machen wir mal auf 10. Wir haben Zauberkosten 8. Da würde auch das hier gehen. Äh, für 10 Sekunden. Und wir können es, äh, dreimal anwenden. Naja, doch. Zweimal. Nein. Wisst ihr was, wir lassen das. Ich brauche einen höheren Verzauberungsskill. Den nochmal laden brauche ich jetzt nicht, aber... Ähm... Ich glaube... Aber... Ich glaube aber, ich möchte... Diese Seensteine hier mitnehmen und dann... Oder möchte ich das? Ich schätze, das weiße Weg lang. Es hat 500 voll. Okay, okay, das ist voll geil. Nein, ich glaube, ich lasse es doch. Aber jedes Mal, wenn wir hier sind... Und dann möchte ich meine Gegenstände neu aufladen. Also eigentlich nur meine Angriffsgegenstände. Und dadurch ein bisschen Verzauberung mit Skillen. Halt, den nicht. Da war doch auch... Genau. Wieso habe ich das weggetan? Den hier auch? Okay. So. Also jedes Mal, wenn ich hier bin, möchte ich meine Waffen neu aufladen. Und dadurch dann Verzauberung, äh... Skillen. So. Dann haben wir jetzt das da gemacht. Und ich wette, ich nehme schon seit fast zwei Stunden auf. Ah, nicht ganz. Eineinhalb. Gehen wir noch schnell das Buch verkaufen. Und dann reisen wir nach Gnamok. Ja, was kann ich für euch tun? So, mal kann es sein, dass du die Position immer wieder wechselst? Dralasa. Du warst doch vorher immer da. Und davor sogar, glaube ich, mal hier. Na ja. Wieso ist die so schlecht? Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Ich wollte auch wieder zehn. Gut, machen wir Handeln. Das Buch soll weg. Habe ich sonst noch was? Nein. Vorerst nicht. Okay, äh, Buch. 14. 14 mal ein... Nein, 1,4... 18, 21. Und wir gehen nun mal um eins runter. Nimm es schon. Ja. So, den Helm möchte ich schon wieder aufhaben. So, komme ich von hier überhaupt nach Gnamok? Das weiß ich gar nicht. Ah, und bevor ich reise... Ein bisschen Feuerball... Oh, den habe ich auf 100%. Feuerbiss... Oh, ich glaube, ich habe alles auf 100%. Kann das sein? Zerstörung auf 55. Okay, das ist die Hälfte. Wir lassen ihn jetzt. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Äh, aber ich bin geizig. Ich will meine Ausdauer wieder voll haben. Weil wir jetzt einen geringeren Preis zahlen. Äh, wo ist denn Gnamok? Gnamok? Da! Ah, und dann komme ich hier nicht mit dem Schlickschreiter hin? Äh, nach Aldrun schon? Äh? Okay. Versuchen wir es mal von Aldrun aus. Und davor aber wieder ein bisschen... Feuerball-Skillen. Können wir aber da aufs Haus schießen. Hehehehe. Boom! Oder da auf den Stein. Auf den Stein. Auf den, da will ich nicht. Okay, das reicht. Komme ich von hier aus nach Gnamok? Margan. Na toll. Genieße es. Ja, versuchen wir mal Margan. Vielleicht kommen wir von da aus nach Gnamok. Wo wollt ihr hin? Das wirst du schon noch sehen. Oh, die müssen wir noch überzeugen. Genieße es. Irgendwo muss das doch sein. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis ab. Moment mal, vielleicht erreiche ich Gnamok bloß mit einem Boot. Ich sollte nach Vivek reisen. Von Zaydanin komme ich, glaube ich, nach Vivek, oder? Warum gehen, wenn ihr reiten könnt? Die Antwort kann... Ich bin noch geritten. Wieso schätze ich mir eine so blöde Frage? Ich bin noch geritten. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug. Ja, den möchte ich jetzt nicht. Ich möchte nach Gnamok. Und ich glaube, dass dieses Schiff mir dazu verhelfen kann. Und ich möchte schon mal wieder meine Aussage an meine Knochenbeinschienen her tun. Na, jetzt. Dann wieder Feuerball? Möchtet ihr die Sehenswürdigkeiten sehen? Nein. Wo darf ich euch hinführen? Nach Gnamok, bitte. Nein. Lauerart vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Wäre doch irgendwo... Ihr solltet nicht hier sein. Wer sagt das? Irelien Rirne. Keine Ahnung. Gnamok! Doch, über das Boot. So, und jetzt müssen... Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ähm, Nadine Roterans Hütte. Suchen wir die mal. Da hätten wir Netsch-Kühe und Netsch-Bullen. Nein. Nadine Roterans Hütte. Okay, speichern wir. So, meine Waffe ausrüsten. Meine Ausdauer wiederherstellen. Hätte ich vielleicht vor dem Speicher machen sollen. Egal. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Wie ist da jetzt der Typ nochmal? Darin Adrün. Verschwöntet Fremdländer. Das ist angemessen, Winder. Äh, okay. Bevor wir ihn auf Anassi ansprechen, erstmal alles andere. Ich bin Darin Adrün. Ausbilder und Mitwisser derer, die man oft einfach Kamonatong nennt. Ich bin nicht hier, um euch Anweisungen zu geben, Fremdländer. Geht und fragt eure Freunde. Gewiss, wir sind Bürger. Uns bleibt nicht viel anderes übrig, oder? Wir sind nur eine Vereinigung von Geschäftsleuten. Wir sind Dunmeer und wir sind stolz. Wir haben es satt zuzuschauen, wie Morawind von Fremden regiert wird, die von Morawind nichts verstehen. Außerdem haben wir es satt, dies Unwissenden Fremdländern immer wieder erklären zu müssen. Es mag euch überraschen, doch einige von uns mögen keine Fremdländer und möchten auch nicht mit ihnen reden. Hört euch um, so wie alle. Das kennen wir schon. Das auch. Alle machen sich Sorgen wegen dieser beiden brütenden Netsch, die angegriffen haben. Brütenden Netsch? Das ist richtig. Nördlich von hier treiben sich ein paar von ihnen herum. Sie sind einige Male nahe an die Stadt herangekommen. Wir haben sie vertrieben, aber ich bin mir sicher, dass sie zurückkommen, wenn nicht jemand etwas unternimmt. Na ja. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Ich schlage vor, ihr kümmert euch um eure Fremdländer. Ihr denkt also, dass Haus Lalu nur eine Marionette des Kaiservolks ist? Das zeigt, wie wenig ihr wisst. Wer reagiert Haus... Reagiert Haus Lalu wirklich? Regiert sollte das heißen, glaube ich, oder? Nicht der Rat des Hauses. Diese Speichellecker führen nur aus, was Orwas Dreen ihnen sagt. Orwas Dreen ist der wichtigste Mann der Kamonatong. Und eines Tages, wenn die Zeit dafür reif ist, werden Orwas Dreen, die Kamonatong und alle vernünftig denkenden Nudelnmeer sich erheben, sich euch Fremdländer in euren Betten ermorden und Morwen wird wieder aufblühen. Na ja, wenn du meinst. Ihr wollt mal in den Rat, Fremdländer? Haltet euch fern von der Kamonatong. Wir mögen keine Fremdländer. Ich bin Ausbilder. Ich trainiere die örtliche Miliz und bringe sie in Form. Bürgern bringe ich die Grundlagen im Blocken und im Kampf mit Speer und Langwaffe bei. Doch größtenteils konzentriere ich mich auf Athletik und Akrobatik. Denn an Kondition mangelt es Bürgersoldaten am meisten. Was nützt es, dass sie kämpfen können, wenn sie nach einem kurzen Marsch in voller Montur in Unmacht fallen? Stimmt. Hatten wir aber glaube ich schon mal. Morwen war schon eine große Nation, als das Kaiserreich noch aus einem Haufen Wilder bestand, die in Häute gekleidet waren und Muschelschalen an Stöcken befestigt hatten. Und Morwen ist noch immer eine große Nation und die Nudelnmeer sind ein großes Volk. Lese ein Buch oder tut irgendetwas anderes. Ihr könnt doch lesen, oder? Natürlich. Er ist der Bruder des Herzogs Vedam-Drehen, ein wichtiger Geschäftsmann, seinem Volk und unserer rechtmäßigen Heimat mutig und treu verbunden. Ja, ein furchtbarer Ort. Okay, Anasi. Noch nie von ihr gehört und selbst wenn, ginge euch das nichts an. Und jetzt löst euch in Luft auf oder ich mache euch Beile. Ich sprach mit Darin Adrien über Anasi, doch er sagte, er habe nie von ihr gehört und dass ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern solle. Dann droht er mir und bat mich zu gehen. Überspannt den Bogen nicht. Na mal sehen. Ihr könnt wohl nicht richtig hören und bald werdet ihr auch nicht mehr richtig atmen können. Lebt wohl. Ach, er kämpft gerade. Jetzt habe ich euch. Wenn du mich zuerst angreifst, darf ich mich verteidigen. Es gibt keinen Entkommen. Was? Ähm. Nein. Rolle des Windwandlers. Habe ich nichts mehr zum Beschwören? Nein. Ich gehe jetzt mal raus und speichere nochmal. Speichern. Dann kann ich mich nämlich auf den Kampf gegen 4 vorbereiten. Ähm. Skelettsbeschränkung beschwören für 60 Sekunden. Das werde ich, glaube ich, machen. Ausdauer ist noch voll. Ähm. Lebensenergie wiederherstellen. Okay. Und das ist auch alles Lebensenergie. Ähm. Wiederherstellenstärke. Okay. Ähm. Ich würde gerne. Wo ist das? Rolle des Silberglanzes. Ausdauer, Lebensenergie wiederherstellen und Magie wiederherstellen. Für 60 Sekunden. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so von Bedeutung. Äh. Das ist jetzt auch gerade nicht. Das hier würde ich gerne machen. Für 30 Sekunden. Äh. Dann sollte ich vielleicht doch wieder für 60 Sekunden. Stärke. Ja, das machen wir. Intelligenz muss jetzt nichts sein. Okay. Dann beschwören wir jetzt den da. Und jetzt machen wir noch das hier. So, speichern. Das sollte hoffentlich ausreichen. Besonders da unser Schwert komplett aufgeladen ist. Glocken auf 44. 50 Sekunden. Dies muss euer Ende sein. Okay. Die hätte ich vielleicht sogar so besiegen können. Ist doch gar nicht tot. Braves Skeletts. Du hast zumindest einen von ihnen von uns abgehalten. Ähm. Okay. So. Äh. Selvura Andrano. Andrano. Das kenne ich irgendwo her. Gieß der nicht auch? Adroni. Andrano. Woher kenne ich das? Oh, geil. Eisenwurfmesser. Eisenpfeile. Drei Fackeln. Vielleicht sollte ich mal tatsächlich jetzt gerade... Und Blockkanzübrien zerhüllen. Das heißt, wir haben zwei von zehn Punkten schon wieder. Vielleicht sollte ich mal ein paar Fackeln oder so benutzen. Hier, Papierlaterne. Ha. Ach, habe ich ja gerade. Ähm. Oh, Dietrich des Gesellen. Dietrich des Lehrlings. Sonde des Gesellen. Sonde des Lehrlings. Na gut, ich habe mit den anderen jetzt leider nicht geredet. Aber naja. Stahl durch. Leichte Rüstung. Und... Das habe ich mir bald eh nicht angesehen. Schwer. Naja. Das habe ich mir bald.